Rückwärtsfallen. Wir gehen in die Knie, rollen über den Popo und schlagen mit bestrecktem Arm nah am Körper ab. Dabei bleibt der Kopf immer oben, das Kinn muss zur Brust, denn der Kopf darf nicht auf den Boden fallen. Jetzt machen wir Froschsprünge mit Rückwärtsfallen. Dafür machen wir einen Froschsprung. Jetzt rollen wir über den Popo wieder ab und der Kopf bleibt ab und ab und ab und ab und ab und ab.